so hier bin ich wieder und hoch das lag das ja herzlich willkommen ist mal an dieser stelle und was haben wir zuletzt gemacht ich weiß es ist gar nicht mehr wir wollten was machen ich glaube das hat hier zu tun hier zu tun ich glaube hier vorhaben bruchstein müssen bruchstein ist mal brennen braucht glatten stein ein paar bruchsteine wird brennen wir mal ein bisschen in drei üfen genau es geht so ob dafür hat stein gebrannt schon auch jetzt hier die kürbislaterne brauchen wir halloween ist vorbei haben wir verpasst ich wollte hier noch mal ein meine kraft special machen hat leider nicht sein sollen ich hatte dazu keine zeit mehr ich hatte ja ein video rausgetan das habe ich dann auch nur für halloween dringel lassen danach wieder runtergenommen weil was waren das probleme ach ja das spiel ja allen weg war das genau ja und ja da gibt es halt rechte probleme mit diesem spiel da muss man sehen dass also deswegen habe ich das wieder runter genommen ich habe ja auch leider nicht explizit gefragt ob ich das das verschiedene gleiche antrieb hat das sind antriebsschienen ach so lassen schienen ok alles klar was haben wir oben bruchstein 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 haben wir auch schon irgendwo glatten stein ein paar eichenbrett dinge hier mitnehmen das habe ich ja genug da eigentlich so 63 das reicht erst mal weiß ich nicht was noch nicht so genau was ich bin klasse es mal lassen dass das mal drin was das sind hier nieder nieder ziegelzaun ok wir das gebrauchen irgendwie vielleicht haben wir eine idee wo kann ja auch wieder herkommen so das schmort aber vorsichtig und gucken uns erstmal die tunnel genau an was wir hier so machen das hier ist das sind hier ob das marmor platten kann das sein das draußen ok jetzt mal hier so lange gucken ob hier aber wir haben eine lore mit nein wir sollten die lore nehmen das nun brauchen das ganze weg nicht ich glaube es dauert eine ganze weile bis hier drin also nur drei stück drin eine zum arbeiten haben ist gut machen wir uns eine der baum muss schnell eine so ja und selber wurde auf 15 slots jetzt erweitert nur noch mehr aber so viel spieler sind wir gar nicht auch hier ist ein problem hier fühlt was so ja nicht weit gekommen und ich habe keinen gebrannten stein muss dann wieder zurück also wir können wir wieder einsteigen mal wieder zurück hier will auch das er das durch müssen wir auch tauschen zurück 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 ich muss noch ein bisschen genug steine fertig geworden das ist gut eigentlich ganz das ist ein problem so pop haben wir repariert sind hier unter stein erde was so das erde und jetzt gar keine ist es so dunkel ein paar stück so da war schon da ist auch schon schön hier zwei spitzhacken in der hand ist auch sinnfrei der schaufel ist gar nicht so schlecht ich habe keine schaufel mann ich habe keine schaufel ja tut mir ja leid wir müssen noch mal zurück hier noch eine schaufel ohne schaufel gehen wir hier nicht arbeiten heute muss ich auch noch die erde rausholen ach das vergessen hier muss man angeführt danach ist es echt quälerei hier ich brauche nicht immer nähe drin vielleicht eine schaufel die schippe hier keine schiffen muss uns eine baum so was er ist auch wenn wir alle nehmen können es genau 64 lustig so aber der zwei stück Ich weiß, dass mir was runtergekrabbelt kommt, weil so ganz dicht ist der Laden ja nicht. Oben ist ja irgendwie eine Tür hin, glaube ich. Der Regen lässt das natürlich so richtig lacken. Irgendwo Erde, da, genau, da muss ich mal die Erde umdraus, dann muss ich die Gleite wegmachen. So, wir gucken die Erde raus, da hast du mit, und machen so den Schein hin. So, jetzt können wir die Gleise auch wieder hinsetzen, ja, das ist eine gute Idee. Letzten Fackel habe ich nicht mit mir, da hätte ich mir hier noch so ein Gleis hinsetzen können. Oh, was ist das denn für ein Stimper war hier? Ah, da hast du ja hier wahrscheinlich die Letzten Fackel untergebracht. Und, so, wo war denn das mit den, ach hier haben wir die Erde. Ich werde jetzt so nachfolgend mit, damit verbringen, so Kleinigkeiten nachfolgen, ob es in der Folgen stattfindet, weiß ich nicht, weiß ich jetzt so nicht, das will ich jetzt nicht so sagen. Aber ich werde jetzt, wenn ich nochmal zum Spielen komme, werde ich mich halt darum kümmern, dass so halt solche Sachen hier, wie jetzt hier, ähm, ja, behoben werden. Der guckt doch hier nicht hier drinnen rum, oder? Huch. Shit. Eine Fackel will ich anbringen, ne, das ist dunkel. So. Da findest du überhaupt eine Fackel, ne? Da findest du überhaupt eine Fackel, ne? Dann wollen wir ja auch immer in der Reihe. Naja, na egal. Ich muss so gucken, da auch bessere Lösung zu finden als Fackeln hier. Das ist, ähm, ganz zeitgemäß hier, ne? Aber dieser Tunnel ist auch schon sprechend alt. Da haben auch die Pioniere der Welt, die hier diesen Tunnel gebaut haben. Um halt eine sichere, schnelle Verbindung zum, äh, 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 so ich möchte auch mal der fackel ist in der stelle dann fahren wir mal los niemand gegangen wird das mal und hier sind übertrieben viele dieser beschleunigungsgleise also der erste war der der hier hat den redstone und das heißt wir machen hier wir ziehen das auf drei so mehr nicht das ist halt übertrieben ich glaube das brauchen wir fahren jetzt können wir laufen jetzt das viele zu tun ist hier zum beispiel das klingt das in der engelage und hier fehlt auch hier sollte marmor zu ende gegangen wir sollten das hier so gestalten dass hier sozusagen anderen bereich beginnt weil ich jetzt auch kann man habe ich auch wenig ist es mir immer zu sorgen mal sowas hier wieso und ja machen wir das denn so richtig die idee und dann machen wir hier die ziegel rein hier so er wendet dann sozusagen dieser bereich ja hier neuer hier beginnt ein neuer bereich warum sind diese steine so fällig die wirken komisch das andere steine so eine schattierung okay alles klar so ne war nicht jetzt was ist das denn für eine kacke die wo ich auch nicht wo sind wir denn meine steine alle bruchsteine bruchsteine brauche ich nicht steinziegel brauche ich auch nicht ach ich habe gar keine mehr ich habe keine mehr Mist 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 müssen wieder zurückfahren wir brauchen ja ja doch schon wir brauchen gebrannte steine die sind mit Slaps gemacht worden So, ist der Ton ausgefallen? Warum? Mir fällt manchmal der Ton aus. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Und es rückelt auch unangenehm. Ich glaube, die Aufnahme wird sowieso kacke. Ich hätte wohl ein anderes Aufzeichnungsprogramm nehmen müssen. Der OBS scheint hier meine Kraft nicht zu wuppen. Das hört auch nicht auf zu regnen. Das ist eigentlich immer noch nass. Es ist Tag, aber es regnet. Herzlichen Dank. So. Und da sieht Kohle aus. Dann haben wir einen Kohle reinlegen, geht's weiter. Und hier müssen wir nochmal Ruchstein reinlegen. Vielleicht auch weiter noch mehr. So, da tun wir dann auch. Ach, das ist Steinbüll. Stein. Eisen. Eis an die Eis, sozusagen. Kies. So, Bruchstein, 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 Bruchstein. Auch Bruchstein. Skis. So viel Bruchstein. Jetzt will ich zu viel Bruchstein. Bruchstein brauche ich gar nicht. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Sand, Sand, Sand. Haben wir da. Die Erde schmeißen wir auch wieder hier rein. Und hier haben wir was Interessantes. Bruchstein, 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 Skis, Erde, Erde, Bruchstein, Treppen. Bruchstein. Ah, Eisengitter. Wenn wir die mal brauchen, Leit haben. Nicht so nimmst, oder? Da guckt man auch nichts an. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Was klar. Okay. Dann wieder Bruchstein rein. So. So. So, ich wollte ein paar Slapsen. Das wird leider brauchen wir nicht so oft. Tut mir zur Seite. Ja, das ist ein bisschen ein Doppel. Ich jetzt ein bisschen die Königskraft. Stopp, stopp. Und hier sind auch wieder viel zu viele von den Länge. Ah, wir müssen mal Schienen mal so hinten angucken. Wer ist jetzt die Strom, ach, das ist die Stromschiene. Okay. Den wegliegen lassen können. Also, machen wir es manchmal. Ab dafür. Ab dafür. So. Danken wir uns gleich. Dann. Antriebsschiene. Antriebsschiene. Da hin. Die tauschen wir auch. Die Antriebsschiene aus. So. Drei Stück. Drei Stück. Die tauschen wir auch. Die Antriebsschiene aus. Drei Stück. So. Können wir natürlich in den Kommentaren das Bessere belehren. Das steht euch frei. Ich meine, dass dann auch alles stimmt. Ich meine, ich lerne ja gerne dazu. Wo ich schon lange fast ziemlich lange spiele. Bin ich doch einmal ganz schön, ganz nubig, muss ich sagen. Aber, ja. Rettungsschaltung und sowas. Da habe ich mich überhaupt noch mit so richtig befasst. So. Ah, ja. Das hat gut geklappt. So. Nun kommen hier wieder Schienen hin. Normale. Ein paar normale Schienenkräften, ne. So. Wie ihr seht schon, ich brauche jetzt nicht mehr auf den Zug steigen, weil jetzt hier alles ist. Und wenn wir Licht hier erstmal an der Stelle machen. Ich hau sie einfach unregelmäßig an die Wand. Und jetzt hat das jetzt. Achso hier. Gibt es noch fertig. So. Gleich hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie es aussieht. Wie es aussieht. So. Also hier. So was? So hinhauen? Wo wird sich? Hm. Hm. Ich weiß nicht so recht, ob das mir so gefällt. Hm. Wenn nur so. Hm. Sag doch mal, weiß ich das schon. Hä. Ohne, dass das hier, diese Steinziege sind akzept genug, muss reichen. Muss einfach reichen. Sag, wieso kommt die Post noch nicht? Wann dauert das so lange? Noch Termine. Ich habe noch eine Lieferung bekommen. Morgen kriege ich auch noch mal eine Lieferung. Die werde ich wahrscheinlich nicht erhalten, weil morgen Mittwoch ist und die Post zu hat, wenn ich Feierabend habe. Ja, das ist toll. Mein Handy hat sich nämlich verabschiedet, so musste ich mir spontan schnell ein neues besorgen. Das war mir schon mal schön hier, an dieser Stelle. So, da haben wir es schon mal. Boah, Bergerarbeit. Huch, was ist da in der Bühne? Wann schon. Okay. Ja, leider ist es ein bisschen trocken jetzt. Wir rücken jetzt nur die Erde ab. So, ich hatte ein Let's Play Video gesehen von, ich weiß gar nicht, wie hieß der noch. Aber der war auch gar nicht schlecht. Und der, der baut mir in der Gruppe so eine, auch, hat er auch so einen Server und dann bauen die auch so eine ganze Welt auf. Ich denke, es gibt ein paar mehr, die das so was machen. Aber der hat sich eben halt auch gut moderiert, einfach. Viel besser wie ich. Das war eigentlich nicht schwer, aber der hat wirklich gut, also es hat mich sehr gut unterhalten. Ich bin auch so ein anderes Spiel. Auch so eine freie Welt, wo man dann sich seine Welt gestaltet, sozusagen. So irgendwie meine Kraft, nur ein bisschen grafischer. Nicht so blocklastig. So. Das war auch nicht schlecht. Mal sehen, wenn ich Lust und Zeit habe, dann schreibe ich das vielleicht in die Kommentare, wie das andere Spiel dazu heißt. Und wie der Let's Player hieß, der mir dazu sagte. Vielleicht gefällt euch dieser auch. Könnt ihr ihn ja auch abonnieren. So. Ja, okay. Den machen wir wieder weg. Der sollte da nicht. Ich glaube, wir haben einen extremen Steinbedarf und somit dann auch Kohlebedarf, weil wir so viel Steine brennen müssen. Haha, ist das nicht schön? Das ist alles eure Schuld. Weil ihr gesagt habt, ich soll hier die Tunnel mal hübsch machen. Na gut, das ist gelogen. Ich gebe es zu. Weil es kommentiert ja auch kaum einer. Ich muss mir dann halt solche Geschichten ausdenken. Was wisst ihr? Sonst ist das ja ein bisschen langweilig. Jetzt habe ich ja auch nichts zu erzählen. Wenn dann keine Kommentare da sind, dann muss man sich halt Geschichten ausdenken. Irgendjemand hat mir zu mir gesagt mal, Menschen, die zu viel zu erzählen haben, die werden an einen Punkt irgendwann ankommen, an dem sie anfangen zu lügen. Weil es gibt einfach nicht, irgendwann gibt es nichts mehr zu erzählen. Und dann eben halt, um die anderen nicht jetzt anzuschweigen, müssen sie halt Geschichten erzählen, die halt nicht mehr ganz richtig sind. Oder bis sie übertrieben sind, ausgeschmückt sind, wie auch immer. Ja, bei mir braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. In dem Punkt, ich lüge grundsätzlich. Und erzähle euch komische Geschichten. Nein, natürlich eigentlich auch nicht. Ich erzähle eigentlich auch zu wenig. Ich könnte einiges erzählen, aber wenn ich dann aufnehme, sind mir diese Themen dann entfallen. Ich muss ja übrigens noch die neuen gebrannten Steine holen. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt wieder hier zurücktucke, so schön langsam fand ich so entspannend, so schillig. Ah, das ist ja schön. Ich habe mir überhaupt keine Besuchung gemacht. Ich hoffe, ich habe mir das nachdrücklich zum Beispiel reinschmeißen. Mh, mache ich immer. Ihr sollt dieselbe Spielgebung als wir in der Spiegel. Ich würde sagen, hier, fertig, das ist gut. Auch fertig, das ist gut. Und den ist noch ein Knussband. Wir sollten aber noch ein bisschen reinlegen, aber bald Probleme mit Nachschub. So, dann füllen wir mal auf hier. Bruchstein, hey, rein damit. Bruchstein und schwupp. Und den hier, den gibt es auch noch mal, Bruchstein, Steinziegel, Bruchstein, hey, auffällig. die zwei nehmen wir mit. So, dann läuft das alles wieder. Steinziegel bleibt bei mir, Bruchstein da rein. Guck mal, Quarz? Ach, Quarz, genau, aus Quarz sind die Wände genau. Quarz, vielleicht können wir sie ja gebrauchen irgendwie. Ja, vom Erde muss ich ja so abladen. Ja, dann tun wir da hin. Da ist ein Block Erde, schön. Achso, wir können hier nochmal da auflegen. So, und wir hatten hier noch Fackeln übrigens. Aber ihr sagt aber auch nichts, ne? Ah, ja, ja, es ist gemerkt. So, hier haben wir noch Bruchstein. Jetzt holen wir noch raus hier. Bei Zeiten wahrscheinlich sollte dieser Fach hier wahrscheinlich hier Baumaterial geben, oder? Pfeilen. Bogen gehört da nicht dazu. Na, egal. Hier haben wir nochmal Kies am Start. Achso, du musst mal hoch. Kies dahin. Das ist nochmal Kies. Faden. Mhm. Dann haben wir hier eine Steinstufe. Die können wir mitnehmen, Steinstufe. Bruchsteinstufe brauchen wir nicht so dringend. Schwarzpulver brauchen wir auch nicht so dringend. Leiter brauchen wir auch nicht. Sand brauchen wir auch nicht. Das auch dringend ein. Und Feierstein auch nicht. Dann nochmal Bruchstein. Das werden wir noch alles verraten. Bruchstein, Bruchstein. Jetzt haben wir Kohle. Das kann sein, dass wir gleich diese eine Hülle da besuchen. Auch das ein Knopf. Ein Knöpfchen. Eis. Schön. Eis abgebaut. Das ist aber bestimmt ein Admin hier abgelegt. Eis. So. Das ist bestimmt nicht abgebaut worden. Ich wüsste gar nicht mehr durch die Spitzhacke behutsam. Der kann Eis abbauen. Was auf das nehmen wir auch mit. Die andere Kiste. Ich bin voll. Verschritte. Könnte ein Creeper sein. Gieß auch hier rein. Scheinziegel. Ja, das auch rein. Brandes ist heute. Essen muss ich jetzt noch nicht. Wunder habe ich nicht. Hier haben wir noch eine Ersatzschaufel. Die lassen wir erstmal hier. Wenn die Taschen so voll sind und die Diamantenspitzhacke, die auch runter ist, dann auch hier rein. Ich hasche Dritte. Hm. Ein Eisengelterzaun. Lassen wir mal hier. Holen wir dann, wenn wir es brauchen. Aber auch den Niederzaun brauche ich nicht so dringend. So. Ersatzfacken da hin. So. Jetzt habe ich euch hoffentlich genug gelangweilt. Pfeile. Habe ich einen Bogen überhaupt? Ja, einen Bogen habe ich. Pfeile und Bogen bleibt dann am Mann. Pfeile und Pfeile. Steinziegel bleibt auch am Mann. Stufen auch. Gut. Jetzt haben wir Eisenschwert. Steinschwert. Steinschwert, ey. Steinschwert. Was soll der Scheiß? Hm. Nur da rein. Ist doch jemand ein Steinschwert. So. Habe ich mal Eier. Na ja. Kann man noch Bogen reinwerfen. Das ist ja auch hier. So. Dann fangen wir wieder zum Arbeitsplatz. Was ist das? Keine Rache. Keine Rache. Habe ich noch mal. Ich würde ein bisschen öfters drucken lassen. Ich habe noch mal auf. Ah. Ich habe noch keine Passgeläte. Das ist ja alles. Das ist ein Koffer. Nur halb drauf. Und auch. Und ein Koffer. Das ist ja auch. Ich habe viel Arbeit. Hoche. Aussteigen. So. Hier haben wir soweit fertig. Jetzt fühlt sich hier noch. soja schon ein vergnügen bereiten hier durchzufahren hoch die fackel abgehauen ist ja schlau von mir da oben den dreck den sieht man sowieso nachher nicht wenn ich hier die steine eingebaut habe so machen wir hier mal das rückwärts nicht mehr so sehr ist man geht das aber ich denke mal bei der aufnahme wird die programm optimal für meine kraft ist aber erst anscheinend nicht wo ich habe die exakt ein bisschen verstellt so ein bisschen aber irgendwie das nicht so viel gebracht aber vielleicht ist es jetzt auch nur jetzt für mich jetzt so und nach die aufnahme ist nachher gut das kann natürlich auch sein dass er den stark bezweifelt jetzt raus so stein da kommen wir dahin aber noch mehr stein natürlich nicht doch wieder jemand denn das ist in gefahr wir können aber das hier schon abhauen bevor wir ja bevor wir hier zurückfahren nehmen wir hier schon mal die wand auseinander das können wir machen hoch das und rettungsschaltung gewesen die restung fackeln tun wir auch unter den gleisen dann so ein bisschen mühselig muss ich sagen wollte ich bin auf dem thema abgekommen nachher was mir gut wie gesagt was mir gut gefallen hat das player von denen ich nicht mein kopf will aus dem kopf will ist dass sie eben halt eine schöne richtige welt aufgebaut haben start und vor start und das hat mir sehr gut gefallen das ist natürlich auch eine ganze gruppe menschen hier bauen bei mir ja nicht so ist wirklich hervorwiegend alleine also die hochzeit ist hier vorbei auf dem server es gab zeiten da haben wir halt mit vier fünf mann hier rum gebaut und übrigens das thema thema kohle ist kohle kohle natürlich mit wir brauchen kohle sehe hier nichts springen dann die tiefe fahren kohle ist gut so ja und das würde ich würde das auch gerne machen mir fehlen allerdings einfach die spieler also spieler klar würde man schnell spieler zusammen kriegen für auf dem server zu bekommen die leute aber dann ist das wieder das problem was sind das für leute also wir hatten wir hatten wir hatten halt einige spieler und viele vornehmlich die jüngeren spieler meinten dann halt doch lieber miss zu machen statt hier eine eine schöne welt aufzubauen so so muss ich auch noch weg das werk hier also gleich muss ich reparieren so genau das können wir ja auch weil es hier so so offen haben hier unten hier an der stelle hier unterm gleis das aufstellen an der stelle da kommt die ratzung fackel hin wo sie ja sie dahin ist er unter genau und dann decken das hier nachher wieder zu mit ist er leuchtet das auch schon wieder zurück mit so hast du so viel vorarbeit machen eigentlich können wir ja auch noch auch ich werde rauskoppeln müssen wir ja so so ich ja hier ist das doch so die machen wir weg machen wir neu so okay so ich hatte mal hier drüben anbringen weil es wird sie auch gleich wieder dunkel dann machen wir diese wand hier auch schon weg ich hoffe das ist mir nicht übel aber wir müssen hier irgendwie weiter kommen so ja also also die ist diese stadt die wir gebraucht haben so ist richtig schön mit eine bibliothek mit äh eine kunsthalle mit äh rathaus und so all sowas haben die gebaut aber das fand ich irgendwie schon geil und ähm ja mir mangelt es halt an qualifizierten und zuverlässigen spielern mhm das muss da muss ich mal was einfallen lassen wie ich das fixe ja ich bin die vertrautwürdigste der Freunde die ich so hab die ich kenne sie sind so ein bisschen raus aus meiner Kraft die haben da gar nicht so wirklich Bock drauf hatten die vorher schon nicht so wirklich die haben das dann mal damals nur angetestet bisschen mitgemacht aber dann war es dann auch ja so da muss auch noch weg aber wir gehen jetzt erstmal äh äh ach ja mhm guck mal hier ja das schlauste mensch der Welt so ja das hat gut geklappt wir müssen die einschläge wir müssen die Erde auch noch raus wir hätten die Erde auch noch raus holen können die Erde ne warte mal die Erde holen wir auch noch raus warte wir fahren jetzt nicht einfach so weg und lassen die Erde hier rein verstecken so weg damit ne ich da hinter ein bisschen Kulappern mal gucken so muss sein right wo wo steckt der Scheiß hier oh Schaufel 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 ich hab doch zwei Schaufeln gehabt ich hab eine da gelassen ne ja 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 schön gut gemacht jup das sehr gut sehr gut ja so und hat auch noch keiner kommentiert dass ich meinen Namen geändert habe ich höre ich höre als wenn irgendwo eine Lore fährt wollte ich das sagen weil die hier drauf steht dass ich nochmal die hier drauf steht die macht die Geräusche ein kleiner Wack so ok wir haben uns total den Tunnel zerstört gekommen ja ich denke noch haben wir genug gemacht gehen wir woanders hin bauen ey äh kaputt kaputt bauen also das mag ich doch ein bisschen nein nein wir machen jetzt schon weiter so aussteigen wie ist aus nicht fertig geworden hallo und hier los und hier los ich glaube das sind aus der Reichweite wenn wir im Tunnel sind kann das sein so wir brauchen noch einen halbbruch was Bruchstein da ist Bruchstein er hat aber keine keine Kohle mehr das ist aber tragisch dann wir hier rein Bruchstein ran damit ja auch zu wenig Kohle dauert auch nicht mehr lange er hat noch genug Kohle haben wir noch Bruchstein Bruchstein hey ran damit wupp dann schnappen wir uns das nächste hier alles klar jetzt haben wir hier noch jede Menge Erde die wir abladen wollen so es werden noch mehr werden dann können wir auch die Terraform machen die Wüste beleben und solche Sachen Bruchstein hier haben wir noch Bruchstein Bruchstein kommt hier rein zack Bruchstein Bruchstein so dann haben wir noch eine Redstone Stein Stein das ist gut Stein Stufe auch gut wir brauchen eine Schaufel da ist die Schaufel die uns fehlt so sehr gut dann machen wir auch eine neue Spitze zack hier sehe ich so schon das werden neue gebrauchen jetzt machen wir gleich noch eine Schaufel fertig so auf ne eine Schaufel nochmal zurecht legen und dann nochmal zwei Spitzhacken das behakt mir nicht uch das ist leer scheiße so und die tun wir dann auch erstmal hier rein ne hier deine Welt meine Welt wenn wir mal rein oder so hier oben mit hin so diese auch so 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 machen wir das so machen wir das so machen wir das Kräftigen und dann haben wir ein bisschen mehr Platz für geraffelt ja mhm ein Bett brauche ich jetzt auch nicht so dringend das können wir auch hier lassen ach was 1,2,5 so so ja das sind wir ich glaube Fein und Bohu machen wir auch nicht ne das sind wir auch hier oder mhm ne was ist Krippangänge rumläuft das jetzt und wieder zum Beispiel zurück und wieder zum Beispiel zurück so so das hat geklappt dann machen wir hier die Wand wieder zu wir wollten ja gucken ob hier irgendwas ist was wir brauchen können mal schnell hier rein nichts 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 kein 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 � nix 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 das ist geschichte also haben wir ein schild mit natürlich nicht doch am schild ein schilder mit das ist cool machen wir mal einen hinweis hierhin gleisanlage hat und gleicher lage drei tonnen und gleicher lage ist So, Gleiseinlage, Bauen, Ne, Bauen verboten, geht das noch hin? Bauen verboten, ja, Gleiseinlage, Bauen verboten, so, das reicht hier, so, zack. Ja, so, dann können wir hier nämlich zumachen, falls dann doch einer in den Tunnel reinkommt und da rumhacken muss unbedingt, dann spart er sich unnötige Arbeit, den Tunnel wieder herzurichten, dass er das hier alles aufreißt, so, das machen wir mal schnell klar hier, keine in die Post, na toll, so, das hätten wir, wahrscheinlich kommt die Post dann, wenn ich nicht da bin, das ist immer so. Das läuft immer so bei mir. So, zack. Das brauchen wir hier auch noch weg. Ich wollte ja, eigentlich wollte ich hier Zivilisation spielen, aber ich habe gedacht, oh, Mensch, okay, du hast dann lange, kleine, das kommt unter den Dingern, davon machen wir drei Stück, haben wir drei draus, so, der Antriebsgleise, das ist die Schiene, Antriebsgleise, so, Antrieb, 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 hier, dann buddeln wir uns mal schnell drunter, ja, verschwenderisch, weiß ich, aber ich muss auch wieder rauskummeln und dann mit dieser Redstone-Fackel, ich mache das jetzt nach der Erde, die brauche ich ja gar nicht, so, die tun wir hier unter, zack, hop, 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 schauen wir mal, wie schön die leuchten jetzt und dann machen wir hier wieder zu, perfekt und ich weiß immer, ob der mittlere ist, da ist die Redstone-Fackel, so oder was essen, kleinen Snack hier, so, Quatsch, Krampf, was wir denn noch machen, erstmal schnell was, so, dann sind wir satt, dann können wir das hier wieder beiseite packen und die Gleise wieder nehmen, so, also hier haben wir drei Stück, das heißt, hier brauchen wir erstmal gar nichts weiter machen, außer Schienen legen, so, so, hier machen wir zu, und hier können wir auch zu machen, hier auch, wird doch langsam, ja, das wird doch langsam, haben wir gleich eine Stunde hier nur rumgebaut im Tunnel, was sehr spannend war, ja, ja, so, auf jeden Fall fühle ich mich inspiriert jetzt von den netten Menschen, von denen ich das Play gesehen habe, und, ja, ich werde mal versuchen, auch ein bisschen mehr, so, auch diese Richtung zu gehen, brauchen wir hier nochmal, da haben wir hier nochmal drei Antriebs, da hinten sind drei Antriebsklinge, da brauchen wir erstmal hier keine, da hinten vielleicht noch, ab, Antriebsklinge, haben wir da welche, ich weiß nicht, ja, müssen wir hier die Steine wegkauen, noch, oh, das ist der Welt, der Welt, der Welt, was, so, das war dann stundenverbratet hier an Tunnels bauen, könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange es gedauert hat, diesen langen Tunnel zu bauen, weil, den habe ich nicht in Kreativmodus gepuddelt, den habe ich so gepuddelt, so wie jetzt, Stück für Stück vorgearbeitet, Schluchten überbrückt, Oha, dunkel. Hier alles weg. Ja, hier muss, hier muss nochmal, Antriebsschiene hin, ne, das ist zu viel, da findet man zu viel Schwung, so. Hopp, eine wirklicheweise mitgenommen. Okay, das wird, das wird. Das wird schon, das wird schon, das wird schon werden. Ich glaube, ich werde, da bleibt nichts anderes übrig, als Familienmitglieder zu rekrutieren. Das heißt, ich muss meine Kraft nochmal dreimal kaufen, damit hier übrigens diese Rettstumsschaltung hier unter eine Mauer eingebaut wurden. Das ist ja schön. Mal gucken, die beiden haben auf jeden Fall noch Lust zu spielen, ich weiß jetzt aber nicht, ob die so fähig sind zu bauen. Wie ich das mir vorstelle, das wird dann doch ein bisschen anders sein, wie sie bauen. Aber, hey, oh, da ist ja auch viel Baumaterial drin, ne. Ja, die können wir hier abladen. Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt möchte. Das sieht man mir, ne, ja. So, da haben wir rein, das ist. Und hier ist eine Antriebsschiene, hier machen wir aber drei Antriebsschienen hin. Hopp, hopp. Antriebsschiene, das heißt, ich muss hier nochmal drunter. So, dann machen wir da den Rettstumfackel hin. Und ich brauche nochmal Antriebsschienen. So, zack. Den Boden machen wir wieder zu. Fertig. So, das machen wir hier mal weg. Das Gerafel, das stimmt alles weg hier. Pass das gar nicht bei mir rein. Ich bin voll gemüllt. Ich wollte aber die Kiste hier nicht am Gleis haben. Wie mache ich denn das am besten? Ja. Da ist die Kiste. So, wie folgt. Wir haben hier so einen Rettungsraum. Und dann hat diese Kiste auch erst so. So, das wollen wir mal ausbauen hier. Auch Licht. So, groß soll er nicht sein. So. Oh, Eisen. Das ist cool. Aber erstmal bauen wir die Kiste hier hin. Die Kiste bauen wir erstmal hier hin. Die Kiste. Ja, tun wir da. So. Und dann schmeißen wir halt den ganzen Raffel hier rein, den wir nicht so dringend brauchen. Achso, cool schon. Buchstein auch. Steinzügel auch. Wo sind die ganze Grafelkramen, die ich nicht haben will. Bruchstein, Bruchstein. Bruchstein. Das ist so viel Bruchstein, ne? Ach, legen wir erstmal alles rein hier. Bruchstein, 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 Bruchstein. Tierzügel, Bruchstein. Noch mehr Bruchstein. Kies natürlich. Was soll man das so weit? Hier ist nochmal Eisern, das nehmen wir mit. Ist das alles noch Eisern? Was soll denn das? Der Raum ist natürlich auch ausgeklärt. Komm, man hat nichts zu lassen. Alles klar. So, den kleiden wir natürlich aus. Ja, das schmeißen wir wieder hier rein. Bruchstein schmeißen wir hier wieder rein. Und, wo war ich da? Auch nochmal Bruchstein. Na, Stein. Wir müssen so gleich wieder los. Ich weiß, wir können die Steine zu, glaube ich, mitnehmen wieder. Wir haben jetzt kein Stein mehr, ne? Bruchstein, Steinzügel. Nö, wir haben kein Stein mehr. Das ist aber schade. Okay. Ja, dann gehen wir wieder Astrohin. Wir müssen den hier wieder mitnehmen. Dann schütten wir auch da wieder rein. Erde, Erde. Das ist Bruchstein. Das haben wir wieder mit. Mal die Sachen so ein bisschen sortieren. Und dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Bruchstein mit. Obwohl, wir haben genug da an ihnen. Aber jetzt können wir mitnehmen. Weil wir einfach sowieso. Aber wir müssen sehen, dass wir die Kiste nicht ganz so voll haben. Es wird Tag. So, wie es sich dann hört. Wo ist meine Lore? Hallo Lore. Wo ist sie? Wo ist meine Lore? Hallo? Achso, ich brauche eine Brille. Da ist sie. Na ja, ist klar. Komm, die... Da muss ich wieder sagen. Auf, wo geht's. Wieder entspanntes Zurückfahren. Und dann haben wir auch bald das Ende dieser Folge wieder erreicht. Da schneit draußen. Ich muss auf diesen某 gebrauchen werden. Das war's nicht so. Also Säge. Da ist er sch braid. Das ist stimmt. Was ist das? Dann machen wir das Porn. Dann machen wir das Porn, oder? Dann machen wir das Porn und segen. Dann machen wir das Porn. Dann machen wir das Porn. so wir sind da ok schmeißen wir hier, das haben wir gar nicht mit, aber die hier schmeißen wir hier rein Kies halten wir auch nicht mit an. Alles klar, hat nicht viel geschafft muss ich sagen. Achso, auch klar. Hoffen, so. Er hat nicht viel geschafft, okay, dann schmeißen wir den ganzen Bruchstein hier wieder rein. Das ist wieder noch was, ich brauche noch mehr Öfen eigentlich um das hier alles so wegzuburzeln, Eisen, also zu wenig. Ich wollte noch mal Bruchstein hier hin, wie man mit dem gelben Sand anfangen soll. Bruchstein, Kies. So, das sind die Materialien, die können bleiben. Aber gut, wir haben noch diese Kiste, da hätte ich nun falls hier auch noch was. So. Ja, so wenig mag da mit so wenig nicht losfahren. Mal gucken, was hier oben los ist. Da haben wir auch noch Kisten stehen. Was ist auch noch eine Graffel drin? Karte. Ist das eine Karte drin? Cool. Mal gucken. Wir machen das hier mal weg, weil der Besitzer, der hier mal gearbeitet hat, der arbeitet, wie ihr seht, nicht mehr hier. Ich lasse das Gebäude auch jetzt nicht ab. Ich lasse das jetzt einfach stehen. Das ist halt so eine Bauruine, ne? Das ist schon mal so. Hoppla. Oh, wenn ich die weghau, da ist da viel Graffel. Fertzton-Lampen. Ja, ob er die sich wirklich gecraftet hat, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Oh, ein Baum. Die pflanzen wir einfach mal an. Was soll denn hier so rumliegen? Und schöne Löwenzahnblume. So. Und hier haben wir noch ein bisschen Essen, dass wir hier vielleicht erst dran können. Ich hoffe, ihr nehmt sie mir nicht übel. Aber die Lampen können wir vielleicht gebrauchen. Und hier haben wir nochmal Schwarzwolle. Interessant. Die werden wir nochmal nutzen. Hier haben wir noch leckeren Milch. Nehmen wir mit. Das ist Essbares mit. Und die Rettung. Die schüchtern wir auch mit. Nehmen wir alles mit runter. Nehmen wir genau das alles, was wir brauchen können. Nehmen wir mit. Wir beklauen die mal einfach von den Nahren los. Ne? Also nicht übernehmen. Ich hab die mal ein bisschen geklaut. Was ist die Folge siehst. Ich mache mal einen Baum hin. Und ein bisschen Löwenzahn hier. Hopp. So. So. Hm. Ich kann auch noch etwas mit Erde auffüllen. Dann haben wir dieses Loch da nicht. Achso. Apropos. Hier haben wir den Ofen. Stein. Hey, cool. So. Ich wollte aber hier jetzt Huhn reinschmeißen. Was ist da hinten drin? Die ist leerlich. Jetzt nehmen wir auch weg. Zack. So. Jetzt packen wir runter. Dann tun wir hier die Redstone Lampen mal rein. Und die Kisten auch. Die Karte würde ich mal gucken. Dann haben wir hier nochmal Keys. Das ist auch alles Bruchsteine. Das gehört alles eigentlich in die andere Kiste. Aber die ist voll. So gut wie. Soll ich nochmal eine Kiste hier für Bruchsteine nehmen? Die Kisten habe ich natürlich in Tillinge an der Weise abgelegt. Äh. Die Kräftchen täglich auch hab. Aber wir nehmen noch zwei. Und da die Bruchsteine rein oder was anderes. Keine Ahnung. Ich würde sie machen. Hier die Bruchsteine hin zu tun. Hm. Was war das denn jetzt? Oh du Hohlkopf. Ich mach jetzt hier so. Da hin. So. Genau. Und dann machen wir hier. Bruchsteine halt rein. Hier ist Stein. 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 Bruchsteine. Kies. So. Und dann machen wir hier. Kies. Schmeißen wir hier rein. Aber die ganzen Bruchsteine holen wir hier raus jetzt. Sobald das irgendwie geht. Und schubsen das hier rein. Stein. Nicht. Bruchstein. Bruchstein. Steinziegel. Bruchstein. 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 Ich tue mal die Sachen die ich jetzt. Diese Plätze nicht verliere. Was ist das? Sandstein brauche ich euch nicht. Nicht. Stein. 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 Steinziegel. Bruchstein. Wetter mit rein. So. Das ist alles ein bisschen schneller. So. Dann tun wir die Erde natürlich hier rein. Das tun wir mit rein. So. Steine. Steine. Da hin. Dann nehmen wir natürlich die Bruchsteine raus. So. Da schmeißen wir hier rein. Bruchstein. Zack. 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 Haben wir hier noch was? Nö. Da haben wir noch mal Bruchstein. Mal das hier raus. Oh, Entschuldigung. Oh ja. Das war jetzt endlich mal die Post. Und das habe ich mir eine ganze Mikrofoneinstellung vernichtet. So, alles klar. Wobei ich stehen geblieben. Bruchstein. So. Das legen wir mal auch hier noch rein. Bruchstein, 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 Bruchstein. Bruchstein. Haben wir alles drin. So. Okay. Ich denke, dann machen wir hier an der Stelle erstmal eine Pause. Ich werde mal sagen, die sagen, das tun wir wahrscheinlich da rüber. Und hier tun wir halt Erde und Kies. So geraffelt rein, was wir nicht so unbedingt brauchen. Das Essen tue ich auch da drum rein. So, die Eier und die Milch. So. Und die Karte geht auch hier hin. So würde ich machen. So machen wir das. Okay. Dann ist das nicht hier schon drin. Alles klar. Alles gut. Ja. Ja. Dann sehen wir uns in Kürze. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Habt euch wohl. Bleibt gesund und so. Und spielt nicht in gelben Schnee. Das ist eckerhaft. Oh. Das Ding brauche ich lieber ab, falls nachher nicht, dass er verschwindet. Ja. So. So. Gucken wir hier in den Tunnel rein. Und an dieser Stelle bin ich dann auch weg. Ciao. Ciao.